ja dem dem was machst du denn was machst du denn mach erst mal mal macht doch mal bitte erst mal mach erst mal bitte deine boxen deine boxen was machst du denn für euch noch mal deine box auf welche willst du denn überhaupt aufmachen da ist die gute merke nicht drin okay da ist die merke nicht drin pimp my sleigh ist gut und heute schon nicht schlechter ja das ist nur normal was immer vier epics mit bei 56 mit weiß ja die ist schon ganz gut ja dann hast du halt mac die wahrscheinlichkeit ist glaube ich nicht so gering dass du eine mac kommst nein du bekommst gar nichts also hättest du froh sein können wenn du die mac bekommen ist okay jetzt mal noch mal weiter so schade ja gibt es sehr viele schöne karten sehr sehr viele schöne karten so viele schöne so schauen wir mal schutz anzüge ja man schutz anzüge zum party ein gewehr ein gewehr so geil ich weiß noch als es damals rauskam fand ich das von der optik her fand ich die karte cool und dann habe ich festgestellt du kannst fast keine combo mitmachen also damals ging es nicht heute heute weiß ich jetzt eine rolle derby kommt bestimmt noch irgendwas chemistry teacher chemistry teacher und peggy ich weiß es einfach mal schief die karte ist es eigentlich eine rolle derby karte ist es auch immer besser brian so jetzt ganz erstmal belohnungen aufmachen ja wahnsinn ja bald bist du das so weit guckte erst mal ob du da geht noch weiter okay okay da kommt aber viel zusammen diesmal mein lieber schon oder jetzt los keine belohnung mehr geöffnet da kommt ja dann auch echt viel zusammen ja gespannt wie hoch wieder kommen können was da die grenze ist das wäre wohl der oberhammer ja ja so ist das ja vor allem verstehe ich halt nicht weiß als als wäre da irgendwie ein platz problem ich meine ob ich jetzt 500.000 coins dort stehen habe oder 900.000 coins oder keine ahnung das ist so scheiße egal das ändert doch nichts also ich verstehe nicht warum man da so eine grenze überhaupt rein macht ja das ergibt für mich irgendwie überhaupt keinen sinn ich bin jetzt beim 9.4 angekommen wow es folgen immer noch eine schleife an belohnung es folgt eine schleife ja wahnsinn 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 2000 challenge coins juhu na siehst du das doch schon wieder ein pack ist schon gut ja mal schauen was man so in einem monat alles zusammen bekommen kann aber auch noch nicht gekriegt manche fangen mit dem spiel an und haben drei ledges und eine müßig das ist so komisch jetzt hab ich 10.000 gold ja das ist wirklich teilweise manchmal ein wenig wir sind schon beim 17.4 wow das ist schon ein halber monat ja guck dir das an so wie viel haben wir denn eigentlich beraten vorhin zwei zwei noch übrig gehabt geholt und das heißt acht stück in einem halben monat so nicht schlecht acht in einem halben monat ja du hast doch eins geöffnet danach noch ja so claim rewards da kommt ein bucket hier kannst du ein bucket meine erste meine tonne ja 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 hast du nicht glaube ich eben hat irgendwas übersprungen genau ich glaube du warst zu schnell gewesen nein nein okay jetzt sind wir aber gleich vor uns angekommen gleich sind wir in der gegenwart angekommen ja mann wahnsinn zurück in die gegenwart so oh wie viele belohnungen die erste punkt sehen vielleicht sehen wir uns gleich angekommen vielleicht sehen wir uns die erste punkt sehen so klein rewards so und da ist die letzte belohnung okay jetzt schauen wir mal wie viele super epic packs man jetzt aufmachen kann super epic packs nochmal sieben stück also noch mal phänomenale splitter schutzanzuge jetzt noch vier sind das fünf fünf vier noch vier oh mein gott das wird auch immer schlimmer oh fischpheromone noch drei drei ja ne franzine noch zwei ne franzine ne franzine ne franzine oh mein gott noch zwei ne 1 ne 2 das ist da und noch eins so nein doch nicht mehr so okay aber wie viele elf stück elf golden turds so also ein karaokakan jawoll juhu ja rubberneckers drei lejis weiter geht's und tru tantans ja das ist der den du gewinnen kannst im im rumble übrigens na da kommt noch mehr so ja fünf lejis und weiter geht's ja das war geil jetzt nicht gucken wie vier stück noch jetzt kommen noch mal vier stück mit hinzu und korkern weiter geht's eine furzschule für hochbegabte eine blörends ball und einmal willkommen mojito so ja cool so und das also jetzt mal die lejis unten einblenden filtern so oh die blöds ball kannst du quatschen wie geil das hat sich jetzt schon mal gelohnt ist schon mal nicht schlecht das ist übrigens ein toller back man dieses spiel tolle back man wir haben uns schon gewundert manchmal so wo waren die karten auf einmal hin kannst du gleich wieder filtern ja ja das hat noch funktioniert okay geil da oben steht mexen 325 geht wird da steht 275 sehr gut gemacht entwickler so ja coole sache eine maxed blöds ball so schauen wir mal weiter wenn man denn bobby oben und jeder ist ja schon cat guards courtney stadt drehen der chef ja gut das sind ja alles neue karten hier hast du auch die fuhrschule hatte ich noch vorher gar nicht ne hohe zwar 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 drehende jeff ne ne den hast du oben nicht gehen wir oben durch was hast du oben noch welcome mojitos hast du bekommen ja naja davon sind wir noch ein bisschen entfernt aber es wird besser ja 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 nice also wenn es gefallen hat das like ein abo unten komm mal da warte mal gehen wir mal nach links ich glaube nicht so schnell nicht so schnell da diese das ist eine music musikkarte nach oben rein zack ok also wenn es gefallen hat das vielleicht noch tschüss 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 tschüss